Lieber Matthias, das ist ein Panorama für dich, hier beim Fernpass Richtung Tirol. Wir sind auf dem Weg nach Italien. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite des Brenners, auf der italienischen Seite, hat sich das Wetter komplett gewechselt, aber ihr könnt auch noch mal hier ein bisschen was von diesem Panorama sehen. Und tschüss. Und jetzt sind wir 1150 Meter über dem Meeresspiegel. Und es geht wahrscheinlich noch höher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.